Die haben nur eine New Orleans, richtig? Ja. Die lassen hier unten irgendwo hin. Ja. Die Bismarck-Schlauesten bleibt sie in unserer Nähe, weil dann wird sie überhaupt keine drei Anti-Air-Probleme haben. Hast du schon mal eine schlaue Bismarck gesehen? Ja, mich. Ja, wollte ich gerade sagen, ich mich auch. Ich sehe schon, Dennis hat neben seinem PC immer so einen Spiegel stehen, um sich selbst zu sehen. Natürlich. Hast du das nicht? Doch, natürlich. Gut. Ich dachte schon, ich wäre eigenartig für einen Moment. Oh, cool. Ist die AFK? Ja, weil seine Flieger hätte mittlerweile starten müssen. Die hat auch keine Tarnung, keine Flaggen, kein gar nichts. Und kein Fliegerflugweg, der ist noch nicht reingeladen. Immer diese Diskriminierung der Taschenrechner hier. Tja, wenn es eins gibt, dann ist es völlig verdient und das gehört dazu. Und der hat immer noch keine Flieger auf dem Flugdeck. Ah, jetzt. Jetzt will ich erstmal die Jäger. Drei davon. Ne, Logo. Das ist was anderes erwartet. Man weiß doch auch wieder, wie viel Skill da involviert ist. Zwei. Ne, zwei. 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 auf uns zufährt ich stelle mich hier schön in die torpedoecke wo die mich nicht kriegt wenn ich treffen würde wäre natürlich noch besser kenne ich diese problematik haben wir jetzt ich slotte ihn schon mal down, ich nehme an du wirst gleich smoken ich hydrate es hier schonmal, falls er getoppt hat dann stelle ich mich ein bisschen weiter nach vorne und smoke wenn mein speed irgendwann mal gekillt ist so dass man drinnen steht oder? ja ich glaube die Buki taubt auch ja gut er ist elf Kilometer weit weg äh sims von uns oh shit der hat nicht mich war das am super idee sims in der Nähe von der New Orleans 1 ich weiß nicht was kann dir der noch nicht man hat noch nie vorher gesehen zum New Orleans neues Schiff naja ich habe gerade unerfreulich viel Aufmerksamkeit ich zieh mich mal ein bisschen zurück du hast smoke just saying ja aber nur zwei labern die will ich hier noch nicht verbrauchen ich glaube das war dann mal das C-Cup und zack du hast du hast die 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 noch leben wir auch miss der breitzeiten ja 20 sekunden fällt man es nicht mehr weiß dann ob du schießen kannst und das ist nicht weg und sonst muss ich noch mal ein bisschen vielleicht nach vorne also muss passen smog ist jetzt weg bomb da kann man nichts an uns ich mach mal hier an ich glaube die wohnen auf die bismak hinter uns Nee, auf die Knallsehne. Ja, er ist alleine da. Shit, ich block dich gerade. Kein Denk. Du weißt noch. Smoke ist wieder ab. Soll ich nochmal resmogen, oder? Ja. Dann komm ich vor, warte. Sollt mal alle die New Orleans da fokussen. Ich nehme mal an, dass die dieselbe Sache da haben. Die Colorado hat Damage Con. Ja, die ist uns beide nicht treffbar im Moment. Okay, dann. Smoke läuft. Warte. Lull. Habe ich die nicht getroffen. Ja, das ist genau am Edge vom Radar. Also, wir können es eigentlich nicht treffen. Ja, die Colorado brennt elendigst. Ja, die hat von mir ein Feuer und von noch jemanden. Ich schieß mal auf die, weil da kann ich alle meine Guns wirken lassen. Jörg Damage Con. Die kriegt grad sie das. Von mir. Ah, und von mir ein Feuer. Sehr schön. Und noch ein Feuer. Sehr schön. Ja, jetzt sollte sie aber down sein. Sorry. Ja, passt schon. Jetzt ist der, das macht auch klein. Och, ich hab meine Eskorte verloren. Jetzt muss ich erstmal stehen bleiben. Und überlegen. Überlegen ist wichtig, ja. Smart Plays und so. Hey, du ziehst hier zwei Gegner auf mich. Hier sind ja gar nicht so viele Gegner. Ich fahr mal die Schorsch killen. Irgendwo ist noch ein DD, aber der ist ein Alpha drin tatsächlich. Äh, Smoke failed unter uns. Alright. Nicht mehr da, wenn ihr wollt. Ach, passt schon. Jetzt ist ja nicht mehr viel hier. Okay. Ich glaub, der hat alle Feuer, die man nur haben kann. Ja, der wirklich. Ja, hat er. Weil er mein einziges ausgemacht hat. Natürlich. Ach. Von oben kommt die Akizuki jetzt runter. Naja. Akazuki, nicht Aki. Keine Ahnung, wer da vier Feuer drauf geeiert hat, aber... Ich weiß, dass er mein einziges direkt gedamaged Cont hat, als er hinter dem Hügel war. Und als er rauskam, hat er vier neue gehabt. Oder drei. Ne, es waren wirklich vier. Zwei von mir und zwei von irgendjemand anderem. Okay, die parkt da. Ja, ich lad nur nach. Und dann. Right up. Wow. Der Blindshot. Ups. Wir küssen uns kurz. Dadurch fressen wir uns beide in den Chorps. Ne. Nur du. Naja. Naja, ich warte auch. Vorbeikommen. Oder wir gewinnen einfach. Naja, die Posi da ist einfach ziemlich nice. Wenn du da mit Radar und Smoke stehen kannst. Wobei ich mir nicht ganz kapiert habe, was die Sims sich da so für Überlegungen in ihrem Kopf gemacht hat. Gar nichts. Gar nichts. Du bist jetzt nicht letzter in ihrem Team. Hm. Try diesmal so, dass sie ein bisschen mehr Schaden gehabt haben, oder? Hatte ja auch 16 Feuer. Ja. Sehr gut. Nein. So kurz vor Mithera. 52.000 Schaden auf Feuer. What a shame.